Hi Fans und damit herzlich zurück beim letzten unserer drei militärischen Ziele hier in Madrugada. Es ist nur so, ich bin hier von Norden angereist mit dem LKW, da steht er, hier an die Plantage hin und dann habe ich gesehen, dass hier noch wieder ein Sperrgebiet ist, das von einer einzigen Soldatin bewacht wurde. Und dann habe ich mir gedacht, was soll das Ganze, bis ich dann gesehen habe, ah ja, guck mal an, hier geht es ja runter. Und dann denke ich mir so, das testen wir doch jetzt gerade noch aus, bevor wir an's Ding gehen. So, ich habe mal wieder auf normale Maschinenpistole gewechselt. Ah, oder warte mal, mir fällt ja gerade was ein. Hier wollte ich eigentlich die Impro-Waffe, aber ich habe doch noch Sturmgewehre. Ich habe doch noch die Urushi. Schnell schießen mit Ding. Hier ist noch irgendwo. FND-Kiste, okay. Pulver. Ja, okay, das war's. Ähm, ja. Das war's schon. Naja, okay. Pulver. Keine Musik während der Arbeit. So, und das war's schon. In dem ganzen Bunker war eine einzige Soldatin und die hat's Dach bewacht, quasi. Etwas enttäuschend, aber wie gesagt, ich glaube, Logik ist nicht die stärkste Ressource des Spiels. Ähm, die kann ich ja nur gegen Ding wechseln. Und das natürlich mitten in unserem Einsatzgebiet. Also, ich frage mich, ob das jetzt eigentlich negative Ding aus, äh, negative Auswirkungen haben müsste. So, und lustigerweise... Flada, ich glaube, ich bin gleich an der Tabakverpackungsanlage. Hm, da könnte es was Nützliches geben. Schau doch mal, ob du einen Computer findest. Vielleicht finden wir ein paar gute Informationen. Gagnor, bin ich jetzt dein IT-Fuzzi oder was? Ja, genau. Dani Rojas. IT-Guerriera. IT-Guerriera, okay. Klingt auch schön. Tabakverpackungsanlage. So nennt man jetzt eine Zigarrenfabrik. Auch nicht schön. Okay. Und, wie es der Zufall so will, gibt es natürlich auch hier wieder einen Computer. So, jetzt müssen wir gerade nochmal Arsenal. Ich würde gerne hier nochmal die Urushi behalten. Das ist angeblich das beste Gewehr hier im... Das beste Gewehr hier im Spiel. So, da ist ein Alarm. So. Wir haben da drüben einen Alarm. So, und hier sollen angeblich... Da oben ist niemand... Dadurch sind jetzt hier... Das... Was? Ja, ich... Das... Oh, da... Lass gut. Soll hier jede Menge, der roten Markierung nach, sollen hier ganz viele Soldatos sein. So, dann gucken wir mal. Der andere Alarm ist natürlich wieder da drüben im Gebäude, also gibt es doch zwei. Schleichen wir uns mal auf der anderen Seite rein. Ich kann den Schrott hier mitnehmen. Wenn wir schon hier sind, dann müssen wir nachher nicht zweimal überall rumlaufen. Hmm. Da da da. Ähm. Er hebt seine Pistole zum Trocknen in die Sonne. Ah verdammt. Das war es auf jeden Fall schon mal mit der Verstärkung. Und da ist auch der letzte gegangen. BZW gegangen worden. Erobert. War das jetzt Stealth? Weil es hat ja eigentlich keine Alarm ausgelöst, aber einer hat anfangen zu schießen. Kein Alarm ausgelöst? Okay. Kein Alarm ausgelöst. Mehr Bonusressourcen gibt es hier nicht. Okay. Dann haben wir mal noch hier wieder ein. Hier ist wieder eine Werkbank wie üblich. Eine hübsche Händlerin mit wenig an. Die hat genau dieselben Waffen und alles wieder. M16 LS. BP2. MP34. Okay. AS Wahl. Also eine typische Tagaufwaffe. MP34. 1500. Hauen wir mal rein. 1700. Der Raketenwerfer kostet nur 500 Pesos, aber die AS Wahl 1700. Okay. Ich frage einfach mal nicht. Mal gucken. Sieht so ein bisschen aus wie eine MP20. Also eine MP18 aus dem ersten Weltkrieg. Panzerbrechende Munition. Okay. Weichziel Munition habe ich dafür schon komischerweise erforscht. Alles andere kostet. Machen wir doch mal Weichziel Munition. Mündungsfeld. Einfacher Schalldämpfer. Den gibt es schon. Das ist wahrscheinlich dasselbe wie ich auf der MP40 drauf habe. Deswegen ist der wahrscheinlich schon freigeschaltet. Optikfeld. Impro Reflex Visier. Zweifach Visier. Leicht vergrößertes Kurzstrecken Visier. Rotpunkt Visier. Schießpulver Recycling Material. Schießpulver kostet sowieso alles. Mal das. Pointerfeld. Da ist es jetzt wieder. Ich brauche keinen Pointer wenn ich einen Rotpunkt Visier dran habe. Mods. Erweitertes Magazin. Das kommt immer gut. Flinker Finger. Die Nachladegeschwindigkeit beim Auspausch eines angebrochenen Magazins wird erhöht. Vorteil Nutzen der Waffenschaden. Ja okay. Cool bleiben. Die Abkühlzeit voll Schalldämpfer und sinkt. Kopfschuss Supremo. Du hältst eine Zusässer. Das ist aber lau teuer. Vampir Triada. Du heilst dich beim Zufügen von Schaden gelegentlich. Alles nachladen. Beim Nachladen dieser Waffe werden alle... Ja das ist auch blöd. Also ich meine es macht Sinn. Ja wenn du gerade voll im Ding bist. Herzzerreißer. Der Waffenschaden durch Körpertreffer wird erhöht. Nachladegeschwindigkeit. Der Waffenschaden mit gezielten Schüssen wird erhöht. Was haben wir noch? Frisches Magazin. Der erste Schuss nach dem Nachladen fügt mehr Schaden zu. Geschwindigkeit beim Waffenschaden. Der Gegner unter dir. Die Nachladegeschwindigkeit. Du bewegt sich beim Zielen schneller. Ja komm. So ungefähr. So. Aussehen. Was haben wir denn? Klassisch. B34. Klassisch. Was irgendwie gar nicht anders aussieht. Außer dass das Holz ein bisschen eine andere Farbe hat. Komplett schwarz. Knochige Kiefer. Chrom. Sonnenuntergang. Lokführer. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen. Fünf von sieben Skins sehen halt komplett altbacken aus. Sonnenuntergang. Die Tarnung für spezielle iranische Momente. Ah scheiß drauf. Gönnen wir uns einfach mal. Impro Laser. Laser Pointer. Impro Laser Mark 2. 2 Schießpulver. Ach ja komm. Scheiß drauf. Klatschen wir einfach mal rein. Die eigentlich auch als Ding. Ja. Tatsächlich der Abzug. Suche bei der zerstörten Eisenbahnbrücke in der Nähe von. Das wäre dann quasi die mit Ding und sieht hier oben noch ein bisschen anders aus und hat ein Mittelklasse Visier und einen Kompensator anstatt Ding. Schau mal. Die kaputte Eisenbahnbrücke. Das ist doch das was ich vor einigen Tagen mal. Castillos National Zoo. Breiter See. Und hier ist eine kaputte Brücke. Und wir sind gerade in der Nähe. Ich habe ja gesagt ich hole mir nicht jedes einzelne Ding auf dieser Map. Aber das wäre jetzt vielleicht noch ein Ding. Und hier ist bestimmt ein. Wenn ich diese komischen Markierungen schon sehe weiß ich genau hier ist wieder ein Ding. Hier ist irgendein Ding dabei. Und hier unten ist auch noch mal eine Kiste. Die können wir auch gleich mitnehmen wenn wir schon hier sind. Irgendwo. Z kann ich angucken genau. Ja. Also MP40 oder MP34 was eigentlich für mich aussieht wie eine MP18 aus dem ersten Weltkrieg irgendwie. Ja gut. Wird bestimmt den ein oder anderen Spezi geben der es besser sieht als ich oder anders. Ich meine ich spiele viel Shooter. Ich kenne viele Waffen aber ich bin jetzt auch kein Spezialist darin. Aber wie gesagt für mich sieht das eigentlich aus wie eine MP18. Aber naja. Noch mal irgendwas. Da drüben liegt noch was. Ach ja genau. So hier ist wieder Schießpulver drin. Wollen wir wecken. Oh ne eine BP2. Auch nicht schlecht. Was nichts kostet wird alles mitgenommen. Hallo da liegt noch was. Kann man eh spammen so viel man will aber er nimmt das nicht immer alles. So. Betrefft PG240. Das ist keine Herausforderung abgeschlossen. Ubisoft Connect Level Aufstieg. Jaaaa. Wenn es einer lesen will kann er ja das Video pausieren. So aber ey immerhin 45 Schuss und eine 43 wie bei der anderen. So und jetzt war hier gerade also die Kiste Hammer. Dann würde ich jetzt sagen wenn wir schon gerade in der Nähe sind. Dass wir die Folge jetzt hier noch irgendwie voll kriegen. Und dann fangen wir nachher die nächste Folge frisch bei El Tigre an. Dann holen wir uns jetzt noch das komische Ding da unten. Das ist ja eh nur so ein kleiner Bootsanleger. Hier werden wenn überhaupt eh nur wieder ein, zwei Wachen rumrennen. Okay der Hund rennt natürlich wieder weg. Blöde Töhle. So vor allem das war jetzt ein Sanitäter. Hund wo bist? Ja soviel zum besten Freund des Menschen gell. Haube da einfach ab. Oder schleicht sich jetzt gerade von hinten an. Das wäre auch möglich. Fließpulver. Jawoll ja. Impromaterial. Geht halt nix über Looten und sich daraus Zeugs bauen. Da vorne wäre ein Bootsanleger. Das heißt ich kann mir hier ein Boot holen. Ja ich will aber nirgendwo mit dem Boot hin oder komme ich. Ich könnte jetzt probieren, aber ne wahrscheinlich wird es nix. Weil hier ist ein See und ich bin mir nicht ganz sicher ob das hier alles Flüssele sind oder aber wahrscheinlich wird es nur so seichtes Zeug sein. Also ich würde sagen wir holen uns das klassische Auto und fahren da hin. Oha. Absturz. Flug habe ja alles richtig gemacht. Das war leider nur ein Pelikan und kein Tieflieger. So hier vorne läuft doch irgendwas. Ja natürlich. Das war ja ein komischer Luftangriff. Das war jetzt natürlich wieder genauso toll, dass ich eine Waffe mit Weichziel Munition habe. Wir haben Luftunterstützung. Ja ok. Der Pilot schreit jetzt bestimmt ihr schafft das. Ja gut. Äh. Ja gut. Äh. Ja gut. 23 Fahrzeugschrott. Dann würde ich doch mal sagen. Ein Transportmittel ist auf dem Weg. Wo ist es denn? Da ist es. Einfach nur weil ich... Ähm. Ich rolle. Einfach nur weil ich es schon lange nicht mehr gemacht habe. Aufrüstung hat sich gelohnt. Hey das Ding überhitzt jetzt viel langsamer. Das wäre vermutlich jetzt auch eine tolle Ding um Helis abzuschießen. So. Ihr branzt Leute! Ja. Schön. Also dann würde ich sagen. Ähm. Da komme ich gar nicht an dem Ding. Ja macht auch nichts. So. Da ist nicht natürlich wieder ein Ding. Ganz vergessen hier wieder das Radio auszumachen weil wahrscheinlich ist auf dem Song wieder ein klein drauf. Da muss ich den jetzt nachher wieder stummschalten wenn ich das ganze nachproduziere. Oh nein. Ich brauche die Autobahn. Einsames Inselvölkchen aber ja so 4 spürige Autobahn das können sie auch. So. Sehr vertrauenswürdig so ein Typ der einfach auf dich zustürmt mit einem Raketenwerfer in der Hand. Was kannst du mir sagen? Die Armee hat auf einer unserer Versorgungsrouten einen Kontrollpunkt errichtet. Kannst du ihn erobern? Das wäre echt eine große Hilfe. Danke. 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 Wenn ich jetzt die Karte aufmache und wette es ist da wo ich gerade gesagt habe, dass der Kont... Ja. Genau da. Kontrollpunkt Diamante West. Ah. Als hätte ich es nicht gewusst. So. Warte. Hier ist der Zoo. An dem Zoo wird es bestimmt auch noch irgendwas geben. Aber ich glaube der fällt ins Gebiet von Balazeras. Ja. Also hier wird wahrscheinlich ein Ding die Ketten brechen. Castillo sperrt Menschen. Okay. Ja stimmt. Hier gibt es dann Zebras als Pferde. Also. Keine Ahnung. Aber das wird dann ins Gebiet von Ding fallen. Von diesen Wrappern da. Aber hier ist die Kiste. Also beziehungsweise hier ist die kaputte Eisenbahnbrücke. Okay. Okay. So. Wir parken mal hier. So. Und ich sehe auch schon was. Hier wird auch irgendwas gemorst und ähm... Neues Militärisches Stil aufgedeckt. Abfang. Ja. Abfang Mission. Wow. Das war der Morse Scheiß den ich gerade wieder gehört habe. Oh. Den will ich nicht. So. Und da ist wiederum schön, dass einem so Zeug direkt auf das Ding angezeigt wird. Auf dem Map. Ja. Demokleber. Jawohl. So. Und unsere... Klopp klopp. Komm ich hier rein. Anscheinend nicht. Dann muss ich... Hier ist wieder irgendein... Ja. Würde ich auch sagen. Oh. Jetski. Toll. Ah. Sie liegt natürlich hinten auf der Ding. Ah. Nee. Wann ist hier nur Sprühdosen drin? Okay. Muss ich wahrscheinlich weiter rüber. Die kaputte Eisenbahnbrücke wird dann eher da hinten sein. Oh. 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 Aber geht das eigentlich auch? Warum nicht gleich so? Oh, ich habe ja kaum noch Munition, gell? Ja, dann würde ich mal sagen. Wenn das da drüben ist, dann habe ich hier ein Ding, hier habe ich die Abfangmission, die will ich nicht, und hier ist die einfach, doch warte, jetzt sehe ich irgendwo nicht, Ah, das wird natürlich wieder. Lass mich raten. Ah ne, hier ist wieder irgendwas im Wasser. Kann ich an den Ranken hochklettern? An den Ranken nicht. Nicht hier dran hochgehen. Hier dran kann ich hochgehen. So, und hier sind doch, an den Ranken kann ich hochgehen. Ei, 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 ei. Okay, das passt, und hier ist unsere Waffenkiste. Der Abzug. Naja. Würde ich auch so sehen. Ich bleibe aber trotzdem erstmal bei unserer schallgedämpften Variante. Oder soll ich da auch lieber Ding? Ich habe jetzt auch noch die hier. Ei, wir bleiben erstmal hierbei. Hier packen wir erstmal wieder das Sturmgewehr drauf. Hallo? Wie so oft hat es irgendwie mit Ding. Mit irgendwie solchen. Nein, ich will es gar nicht wissen. Es war irgendein komischer Bug. So, jetzt bin ich aber doch gehypt. Was ist hier noch nebendran? Die wollte jetzt schon ins Wasser springen. Das will ich aber nicht. Ähm. Wo kommt denn hier her? Schauen wir mal so, als hätte ich nicht zugehört, als wir den Plan gemacht haben. Konjo. Ich krieg immer die schlimmsten Rekruten. Hey, das sollte nur ein Test sein. Gut. Wir warten auf Ihren Offizier. Neu Offizier. Da! 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 Komisches Geräusch! Nein! 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 Ich seh dich Scharfschütze! Das war's schon. Das ging ja schnell. Das war's schon. 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 Hier neue Libertat-Kisten. Natürlich eine hier und FND-Depot noch da drüben. Und keine Ahnung, wo die jetzt alle verteilt sind. Aber wenn das jetzt hier alles war, also da renne ich jetzt nochmal hier kurz rum, gehen nochmal looten und dann würde ich mal... Ja. Du bist auch Seca. Du bist auch Seca. Lass doch den Adler in Ruhe. Die ist jetzt tatsächlich auf den Adler. Mann, Mann, Mann. Dann würde ich jetzt sagen, hier war doch noch... Hier ist noch eine FND-Kiste. So, die nehmen wir noch mit. Oh, ein Granatwerfer. Gar nicht schlecht. So, den haben wir schon. Den haben wir auch schon gescannt. Aber der hat mich nicht auf dem Kieger, da würde ich mal fast sagen. Wir klauen uns ein Auto und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bei El Kieger. Also, bis dann und ich muss wieder... Ich muss mir öfters ausgewöhnen, die Radios auszuschalten. Meine Damen und Herren. Wir sind in der nächsten Folge, wir kommen in der nächsten Folge.